Musik 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 Aber da gab es anscheinend noch kein Internet. Hm, wo könnten sie es denn erfunden haben? Okay, Google, Internet im alten Rom. Okay, aha, wer im antiken Rom soziale Kontakte pflegen wollte, traf sich in den öffentlichen Toiletten. Okay, Google, Internet im alten Rom. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020